Hi, ich bin Jutta und arbeite in der Marketing-Abteilung. Da schreibe ich vor allem Texte. Ich spiele aktuell Tuba und habe sonst vorher ein bisschen Akkordeon gespielt und früher auch ein bisschen Schlagzeug. Also, weiß ich nicht, sind zu viele, aber aktuell war es auf jeden Fall cool. Da war ich bei UK Subs in Düsseldorf im ZAK und der Sänger von der Band hat da seine 80er-Tour gefeiert, das heißt, als 80-Jähriger auf der Bühne nur ultrageil. Inspiriert, weiß ich nicht, immer beeindruckt, Shane McGone von den Pokes, der jetzt leider nicht mehr lebt, ist einfach eine coole Socke. Wahrscheinlich eine der diversen Lachkrämpfe, die ich zusammen mit der Vanessa gekriegt habe, die ist immer für ein paar lustige Überraschungen gut.